Wie spielt man eigentlich eine Bahn? Hi, ich bin Sarah Schumacher. Ich bin Deutsche Meisterin, Weltmeisterin und Champions League Siegerin im Minigolf. Nicht immer ist der gerade und direkte Weg die Lösung. Seid hier ruhig auch mal kreativ und nehmt vor allem auch die Banden mit ins Spiel. Oftmals ist es nämlich einfacher auf kurze Distanz zu zielen als lange. Hier an der Bahn zum Beispiel ist es deutlich einfacher mit der Bande ins Loch zu spielen.